Modern, einfach, erweiterbar. Mit der Funk-Video-Türsprechanlage DVT67 von INDEXA verpassen Sie keinen Besucher. Die wetterfeste Türsprechstelle mit integrierter Farbkamera und LEDs für eine gute Sicht bei Nacht kann mit einem Netzgerät oder einfach kabellos mit Batterien betrieben werden. Der 7-Zoll-Monitor mit Touch-Tasten kann an der Wand angebracht oder aufgestellt werden. Mit Hilfe eines zusätzlich erhältlichen Lithium-Akkus ist der Monitor tragbar und ermöglicht so von überall im Haus oder Garten, Ihre Besucher vor der Tür zu sehen, mit ihnen zu sprechen oder die Tür zu öffnen. Besonders hilfreich, wenn Sie einen Besucher verpasst haben, bei Klingeln wird automatisch ein Schnappschuss oder bei Einsatz einer Micro-SD-Karte ein Video aufgenommen. Das DVT67-Set ist für Ein- und Zweifamilienhäuser erhältlich und kann mit einem 7-Zoll-Monitor oder Mobilteil je Ruftaste und einer zusätzlichen Türsprechstelle erweitert werden. Wenden Sie sich für Ihre Funk-Video-Türsprechanlage DVT67 an Ihren Elektrofachinstallateur. Wenden Sie sich für die Wenden Sie sich für seine